Das ist echt nur Zufall, dass ich immer eher mit dem größten Charakter spiele. Komm, komm mit mir. Warum? Ah, alles klar, Digga. Ich habe ein Backpack für dich. Komm. Warum, warum nicht du das Backpack nehmen? Okay, das ist... Das ist schön, das ist schön. Und da ist ein schönes Fleisch für dich. Oh, schön, 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 schön. Nice. Was ist dein Name? Sehr gut zu sehen. Jo, Bro. Warte. Ah, bitte. Keep a hold of your distance. Oh, ja, kein Problem. Was ist dein Name, Bro? Mein Name ist Marius. Marius? Ja. Woher bist du? Okay, cool. Marc, und du? Ich bin aus Belgien. Kommst du in den Norden zum Schiff? Ich habe einen Freund. Jo. Ich schaue tatsächlich einige K.O.S. Leute. Oh, oh, my gosh. Bastards. Und da sind viele in der Stadt. So... Let's go for them. I got a friend. He's in the south of Beresino. Here you go. Here you go. Take those and you will be kinda safe, okay? I'm safe now. Please don't shoot me. Thank you. No, Bro. But if you ever need me, I'm around this area, so... Ah, you wanna join me? Meet up with my friend? Ah, yeah, sure. Okay. Let's go, I don't know, down the coast? Where are they? They were shooting a lot in town. I don't know if you heard that. Up at the military tents, you know? Ah, okay, okay. Let's go at the coast and we will meet up with them. Okay. Okay, nice. Let's go on the coast and meet them. I'll bring Marius with. Marius? Is he a German? I can hear you. No, Denmark. I didn't get your name. Oh, sorry. My name is Daniel. Ah, the modern letter. Oh, nice. Yep. What is your friend's name? Oh, he will introduce himself. Ah, okay, nice. Oh, you heard that? Cool, he got a ball. Yo. Oh, oh. That's my friend, actually. Hi. Did you hear the shot? Yeah. Yeah, from fifth way. Yeah. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry for that. Um, yeah. And for you. What is your name? Um, Lucy. Oh, that's another one. Oh, hello. Hey, dude. What's going on? Can you talk? Oh, you don't need your hands up. Nice, nice, good. Yo, motherfucker. Oh, sorry. Oh, yeah, no problem. Yeah, that's better. Okay. Where are you from? Do you guys want to build a base together? I'm from Germany, man. Oh, cool. I love Germany. I'm from Croatian. Meine Freunde, yeah. Ah, Deutsch. What? How can we build a base? I don't know. I never built one before. Um, we need some resources. What kind of resources? If we want to. Um, like a hammer and a shovel and nails and stuff. Thanks as well. Uh, I don't know. Maybe just Luke Beresino. Try to find some people. And if we find some building stuff, let's build a base. Okay, sounds great, mate. Pro, really? If we get lost, let's meet up at the police. Alright? Okay. My name is Nick. Nick. Well, hello, Nick. Welcome to the team. Oh, man. Han. Are you serious about a base? What's going on with you? Why is that? There's no content here. Why are you here in the base? Yeah. They killed a lot of guys before. They even after me as well. So, I was just camping around to see if they... I could find them. They're much cooler, man. Then he'll run into me. Yeah. That's a nice story. Dude, we always wanted to build a base. Yeah. And here in Beere, where the bullets are. It's so cool to build a base. That's a good content, man. And now, welcome back to Desi. 19 Uhr. Yeah, wait. I didn't even press the start. No more. Boah, ey. Should we find some gear for you? At some military base or something? I mean, everyone needs a backpacker, I think. Yeah. And with this board, we come back to Desi. Do you know where we can find a military base? Let's loot the town first. I mean, we don't need military stuff for our base, right? Oh, shit, ey. Yeah, but we should all defend ourselves if something happens. Oh, oh, shit. Wow! Oh, he's aiming. Oh, shit, ey. Der Zombie. Wo ist der? Wo ist der? Nicht bei mir. Lebt er noch? Kein Plan, man. Was geht hier ab, Bro? Wo ist der? Ich weiß es nicht. Ich blute. Du musst es aber wissen. Warum soll ich das wissen? Wieso schießt der auf Bambis, man? Ich hab keine Ahnung. Was hat der Typ für eine Waffe? Irgendeine, der repetiert, glaub ich, B irgendwas. Die BK wahrscheinlich. Shit. Ne, der hat eine Shotgun. Oh, da. Bist du tot? Noch nicht. Geil, ich komm zu dir, man. Hat mich gehirrtet. Shit, wo ist der? Wo ist der? Der rät dauernd nach. Ich muss mich kurz verbinden. Wo ist denn? Und das jetzt eine Base bauen, oder was? Aber in der kann's halt auch nichts machen, weil jeder fair geht auf dich schießt, man. Ja, das stimmt. Was ist halt da, ey, oder so? Na ja, gut, ich mein, die anderen beiden jetzt nicht, ne? Der eine hatte... Nein, aber sobald man eine Waffe hat, ist man halt irgendwie ganz debil. Ich hab keinen Plan. Der ist beim Kiosk. Der ist überall unter dir. Wo? Wo denn der? Welcher Kiosk? Ich bin nicht am Kiosk, Mann. Oh, der hat mich völlig getroffen, Alter. Das ist so ein Lappen, Alter. Kann man so schlecht sein in diesem Scheißspiel. Bist du tot? Natürlich. Fuck, Alter. Weil der Bastert immer noch mich geschossen hat. Ich kann nichts gegen die Zombies machen, ne? Das ist jetzt ne Folge, oder was? Ja, klar. Alles off, Mann. Come on. Please, bitch. Ja, wir bauen richtig geil ne Base und alles gut. Ja, wahrscheinlich. Mit so Bastard in der Schlag kannst du keine Base bauen. Nur Channel Spawn die ganze Zeit, Mann. Shit. Waffe nicht nachladen. Hast du die gefunden eigentlich? Ah, die hab ich von... Oh, Julius. Ja, ich hab den Typen jetzt einmal gehittet. Der hat auch relativ hart geblutet. Aber ein Hit ist halt nicht genug, na? Nee. Heutzutage in DayZ. Yo, hey, hey, hey. Wo bist du? Oh, mein Gott. Das ist gut, du kennst mich, Marius, Chris. Ich hab ihn einmal. Der, der mit der Schotgun. Aber er ist immer noch lebend. Yo. Wer ist das? Hallo. Kannst du den Zombie töten? Ja, ja, klar. Was ist falsch? Er hat ihn töten. Muss was machen. Eu nehm den beiden Taf importante Tribe Dunkel. Ich will nicht in� vanity seien. Bist du hier in Behrendänner? Nö. Wie dreht irgendein Typ durch? Uhee. Ruhe, Kuof! Nee. Hier waren gerade wieder zwei Player. Shit, 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 shit. Wahrscheinlich wird er auf mich geschossen, oder? Am besten springen, fortbewegen. Ist das räudig. Oh, ähnliche Beere, Alter. 20 Spawns. Ich bin jetzt in der Police. Kannst du herkommen? Klar. Ja, geh rein, ne? Ja, komm rein. Hast du irgendwo jemanden gesehen? Nö. Was ist das? Hallo? Lol. Wo bist du? In Beere. Ja, wo in Beere? Ja, da war ein Piano. Welches? In der Mitte. Hallo? Also, bei der Feuerwehr, ne? Ach so. Ach, das da hinten bist du. Lol. Das sind irgendwie drei, vier, fünf, sechs. Sind das Zombies? Ja, ich werde geschlagen die ganze Zeit. Ja, komm, go. Und ich kann nichts machen, weil ich humpel wie eine Mistgeburt. Oh, scheiße. Kommst du in meine Richtung? Nee, ich habe mich jetzt eingeschlossen. Yo. Weil sind das nur Zombies, oder ist das auch leer? Zombies. Kein Player. Nee. Ja, aber jetzt machst du so einen Stress. Weil ich schon rot bin vielleicht. Oh, da sind zwei Player. Hello, guys. Ich kann wenigstens was droppen, die Missgeburten. Hey, who are you? Hey, who are you guys? I'm friendly, okay? Don't kill me, don't kill me. Shit. Ich glaube, die verstehen hier keinen Spaß zu. Yo, stop, 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 bro. Bro, bro, bro. Oh, nice, 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 nice. Interessant. Who was he? I have no idea. Thanks, bro. Ich bin in der Feuerwehr. Ich habe irgendwie überlebt. Einer ist friendly. Die haben beide in der Waffe gehabt. Yo, ich rumpel rüber. Wir rerouted Einer. Wirst du das? Nee, aber der ist friendly. Ich bin das nur nicht schießen. Yo, dude. That's my friend. Hey, yo. That's my friend. Don't kill him. Who are you, man? I owe you. Hey? Yeah. Oh, buddy. Oh, all right. Okay. I understand. No more questions. Daniel? Yo, hey. Is it you? That's me. I got the axe on my back. And that guy over there helped me out. That's me. Are you sure? Because he looks like the guy who fucked the mess. Oh, he just saved me. He just saved me. Dude, can we loot the bodies? Yeah. Wait, wait. Did you guys kill him? No, I didn't. Die Sau geladen. Ich weiß nicht, was hier geladen ist und was nicht. Ich finde das alles noch ein bisschen dubios, muss ich sagen. So, haben wir den nach Gorka? Ja, man. What are you guys up to? I don't know. We just spawned here. Wollen wir noch mal kurz neu anzählen? Ja, können wir machen. Drei, zwei. War das jetzt schon richtig anzählen? Das war schon richtig anzählen. Nice, perfekt. Drei, zwei, eins. Willkommen zurück zu Daisy. 19 Uhr. Jetzt auch noch mal für Luzi. Hey, was geht, Leute? Yo, alles klar, perfekt. Wir haben ja, doch, ich will nicht sagen, friendly people getroffen. Anyone need a drink? Ja, bitte. Oh, he's coming back. Was haben wir? Wir haben friendly people getroffen. Oh, I think he got a mousey. I don't know. Unter anderem mit Marius hier links neben mir und den einen hier. Dessen Namen würde ich kennen, der aber doch... Oh, thank you. Have the bullets... Oh, can I have one or two bullets, maybe? Ja, und wir reisen mit denen jetzt rum, oder was? Wir reisen mit denen jetzt, das ist der Plan, ein bisschen rum, Richtung Gorka und dann mal gucken. Ja, geil, Alter, würde ich sagen, beginnt die Reise einfach. Bist du gesund? Komplett, ja. Nice, geil. You want to join us? We're heading north to Gorka at least. Yeah, sure. Nice. Yo, I don't know how to call you. Can you give yourself a name? Oh, hmm, 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 sure. Eh, it can come with salmon. Alright, you want to join us? Hm, sure. Nice, cool. Was sollt der jetzt? Hat der doch stuff? Ach so, was da? Hä? Alter, der will doch einen Rucksack da raus. Oh, das ist cool. What is it? Wo ist das im Hintergrund? Weiß ich nicht. Holy shit, dude. Alter, alle wie wild am Graben. Alter, holt ihr da Beutel aus dem Sumpf, Alter. Das ist schon geil. Oh, ne. Okay, gut. Also Marius und Simon sind jetzt bei uns. Simon ist der mit der Maske, der jetzt den Stuff aus dem Sumpf gezaubert hat. Aus dem Sumpf? Auch aus dem Sumpf. Und wir gehen jetzt nach Gorka, würde ich sagen. Gehst du vor? Ich weiß nicht genau, wo das ist. Wir müssen gerade aus dem Zeltuch zum Krankenhaus. Für wann ist denn das? Für die ist die Zer, oder? Das ist für... Also Donnerstag ist nochmal Schutzzone hier, Schutzsektor. Ja, Sonntag ist... Headhunter auf der Brücke. Weißt du schon, wie du die Folge nennst? Oh mein Gott. Nee, kein Plan. Wahrscheinlich irgendwie Verzweiflung auf der Brücke oder so. Irgendwas so ein bisschen... Vollhorst auf der Brücke. Weißt du, was mir im Nachhinein noch eingefallen ist? Wir hätten auch einfach versuchen können, mit dem zu quatschen, oder? Ja, ich schon, ey. Simon! Oh shit. Oh shit. Oh shit. Waffen ziehen, Mann. Hat Simon ein Problem, oder was? Oh, ich lebe mir jetzt gestorben aus 15 Metern, ne? Nicht, dass es Simon war. Schauen wir mal, was hier los ist. Wir rufen ihn so. Simon! Einfach einmal... Yo! Oh fuck. Bist du tot? Nee. Können wir mich kurz decken? Holy shit. Nice gemacht. Auf einmal steht der Typ vor mir. Aber ich glaube... Oh, hat der vielleicht Simon getötet? Ja, kann sein. Das hat er Simon getötet. Safe. Bullshit, bullshit, bullshit. Das Game braucht dringend Waffen geräuschen. Da ist ein Weiß. Was, was? Yo, Simon. Welcome back. Can I attack it? Oh yeah. Das ist Simon in dem Weißen Ding? Ja, das ist Simon. Yo, du bist Simon? Der Backpacker, ich komme jetzt... Yeah, take it, take it. Der sieht jetzt nämlich so aus wie der Typ, der uns getötet hat. Stimmt, das war der! Aber Simon sah vorhin ein bisschen anders aus. You're good, Sam? Ja, er good. I'm fine. Okay, good. I killed this guy. That's a great feeling. That was some good shot. Ja, das ist natürlich geil, was hier geschossen hat. No, actually it wasn't. Plus nur ein Chestholzer. I think, I just took back and just saw your fucking mouth. I think, I don't know, I shot like 20 bullets at him. So viel, jetzt sind wir dann weiter in Richtung Airfield. Über Novi, Gorka und Starry. Doch, das war der nette... Oh, Schuss. In der Stadt, in der Stadt, nee. Das warst du aber nicht, du? Ich hab nicht geschossen. Das kam irgendwo Richtung Westen, glaub ich. Ich geh mal ins Subbreed erstmal. Ich bin jetzt in der Nähe der Kirche. Oh, ich glaub ich seh den Typen. Wo ist er, wo ist er? Yo, hello, can you hear me? Bro? Ah, der geht zum Medichaus. Weißt du noch, wo das ist? Ja, ja, was weiß ich, wo es ist. Seh ich ihn für dir? Nee. Was, zum Medichaus? Ach, das ist ganz oben? Ja. Ah, fuck. Yo, hello. Hey, dude. Aber es könnten auch unsere sein, oder? Nee, der hat so was Grünes an. Ich glaub keiner von uns hat so was. Ich komm zu dir hoch. Können wir natürlich umgezogen haben, aber... Ich bin jetzt am Medichaus. Ach so, ich dachte du wärst noch mit dem Double Red. Yo, hello. Can you hear me? Hello. Um, who are you? What do you mean? Am Spot. Um, it's you, Simon. Du bist in der Retterei, ne? Hey, sorry. Um, are you Simon? Das ist nicht Simon, Simon war hinter mir. Okay, uh, are you friendly? We don't want to kill you, okay? Can you... Can you talk, please? Yeah, friendly. You can't hear me? Yeah, yeah. Yeah, I can hear you. Hello, man. What's your name? Nice. My name is Spot. Yeah, I'm alone. Okay. Ah, we got two friends with us. They're in town, I think. Ah. You want to join us? No, man. I think I'm gonna go to sleep. Oh, okay. No. No, 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 no. You have to play with us now. Do you want to... Do you want to ACOG? And give it to you? Ah, no. No need. Where are you from? Stone. Ah, cool. You're the one that was shooting? Sir? Yeah, I shot the M4. I found it in the house. It's one bullet. Marius fehlt. Yeah. Ah, where's Marius? Ah, I'll start a quick game. Okay. What do we do with him? Let's lock him out? I would say, right? Yeah, we can do it. Why not? I mean, you can still kill him off screen and say, yeah. Ha, ha. Quatsch, man. You don't want to come with us? Where are you going? Ah, I don't know. Airfield maybe? Firewall? Nah, I'm good. Maybe tomorrow. Goodbye then, dude. See you later, guys. Have a nice day. Yeah, you too. Yo, wahrscheinlich day, oder? Alter, das gibt's nicht, wie viele friendly Leute hier sind, man. Ja, ne? Das ist gerade echt ein bisschen Brainfuck für mich. Pass auf, pass auf. 360 über den Fluss. Boah, krass. Mach das bitte nochmal, damit ich es auf Band habe. Das sah so krass aus. Ich muss durchatmen. Okay. 360 über den Fluss. Boah, 6, schaffe ich das auch? Oh, mein Gott. Oh, shit, Alter. Nochmal, nochmal, nochmal. Okay, okay, warte, okay. Geil. Das sind Legenden-Skills von dir, Bro. Bin beeindruckt. Bin beeindruckt, wirklich. Total behindert. Oh, Leute, wir sind... Oh, Achtung, Achtung. Oh, fuck, Achtung! Was ist los? Was ist los? Was ist los? Bro? Ja, pass auf. Geh nicht an den Rucksack. Ist da eine Mine? Rat uns auf, was da liegt. Da ist eine Mine. So ein Saftsack wäre immer das... Scheiß, einfach mal Props an die zwei, ohne Scheiß. Ich kann es immer noch nicht glauben. Zu viert, ja? Zwei Fremde dabei. Bis zum Erfüge durchgeschlagen. Ohne Komplikationen. Das ist, also, weiß ich nicht. Das ist echt... Ohne Komplikationen. Einer der wenigen Momente, so. Die einfach geil sind. Und das hat einen Daumen nach oben verdient, Leute, ne? So, danke. Was machst du? Das ist normal, Alter. Guys, can you check me while I go on the toilet? Yeah, sure. Irgendwann sind dann alle AFK, denn selbst am R4 ist lang schon nicht mehr zwingend. Was ist los? In diesem Sinne schon mal bis zur nächsten Folge Donnerstag, 19 Uhr. No problem, Marius, man. Ob das jetzt einspucken wollte oder wie? War da ein Schuss? Was ist los? Ja, da war ein Schuss. Ich hab keinen Schuss gehört. Wo bist du gestanden? Oben, auf der Police. Da hat dich wieder Moseln erschossen, aus 90 Meter. Hallo. Hey, who are you? I'm fine. Yeah, and what's your name? Yo, what's your name, man? Dude, what's your name? That's the truth of Russian. Was will der von mir, Alter? Das ist nicht für Pissen, Mann. Oh, shit. Fight here, Max. Alter, meine Humen wird so richtig behindert, Mann. So richtig, richtig behindert, meinst du? Mann, das ist ein richtiger Spakum, Mann. Mann, kann man dieses verkackte Humenfleisch eigentlich essen? Welches? Ich esse einfach jetzt das Fleisch hier. Humensteak, Alter. Hey, welches Fleisch, Alter? Humensteak. Ich glaube, das kann man sogar noch essen. Alter, wie er blutet. Warum lebt der Typ noch? Ja, komm, was ist dein Name? I'm not afraid. Well, okay, I am, actually. Boah, ist das geil, wenn die Leute bluten, ne? Die können nicht abhauen. Whoa, nice try. Nice try. You almost got me. Nice try. There's a window, you know. I like you. What's your name? Come on, we could be friends. I'm serious. Can you talk anymore? Oh, sorry, bro.